Hier hat uns keiner was zu sagen. Rekrutierte Tankett, Helibaden trägt. Der steht da einfach nur rum. So. Du bist ein Grizzly. Grizzly und Höhlenmonster dahinter. Oh, und das ist ein Bärenlager, okay. You have come to the Master. Okay, Schützen haben die nächste Stufe erreicht. Das Bärenlager ist down. Nahrung. Okay, die konnten wir einsammeln. Da oben gibt's noch was. Bitte die Zwergumhilfe. Zorgan darf nicht sterben. Der Zwergtonne ist voller Gefahren. Aber sie sind auch der einzige Weg ins verzauberte Tal. Ich mach hier mal ein neues Let's Play. Einfach mal so, weil ich's kann. Gerade an der richtigen Stelle, wenn da neue Höhlen muss. Achso, da ist ne Monsterhöhle, okay. Oh, und hier ist ein Einsturz. You won't get past us. You have come to the Masterhöhle. Catch this! That's all. You're a dead man. Aim! Okay, es funktioniert einigermaßen. 31 Steine, okay. Also ja, hier geht's nicht weiter. Jedenfalls nicht von dieser Seite aus. Good. Uh-huh. Good. Hm. Das ist eine Sackgasse. Wir müssen einen anderen Weg suchen. Well, we don't know. We're almost there. Mhm. Und ja, das ist das Bärenlager. Das war ja kaum zu sehen zwischen denen. Good. Aber auf der anderen Seite sind auf jeden Fall noch Höhlen. Die sollte ich mir dann auch angucken. Die kommen eh hier runter und dann hier entlang. Ja. Go where? Go where? Go where? We're almost there. Good. We're almost there. Gommelin Laden verkauft. Leider noch nichts Gescheits. Noch ein Grizzly-Bär. Well, we don't know. Good. You're a dead man. Fire. That's all. You're a dead man. Okay. Wo kommen die Monster auf einmal? Hier die die Gommelins angreifen. Wieder ein Haufen Geld. Fire. We're almost there. Und ja, was ich noch machen werde, ist die Spielstände mal löschen. Den Autosafe ist man nicht. Okay, und der ist auch schon korrumpiert, das Let's Play. Deswegen. Lassen wir das einfach mal in diesem Sinne sein. Aufträge sind noch da. Neun Goldstücke. We're almost there. Stinkt ja fast noch nach Falle. Also ja, wir könnten direkt da runterlatschen oder wir könnten den Umweg nehmen. Da sind noch Ö... Achso, da ist auch ein Sturz. Aber wir gehen trotzdem da hin. Warrock-Lager, hm? Oh, if not us. I thought so. Really? Us? You have come to the Master. Sammeln die eigentlich keine Erfahrung mehr, doch sie sammeln noch Erfahrung, wenn sie was töten. Das Land wimmelt von Vorrocks. Can't go on without us. Noch mehr Geld. I thought so. Yes. Fire! Well, we don't know. Wir nehmen trotzdem erstmal den Weg, weil hier ist mindestens noch ein Warrock-Lager. We're almost there. Hm. Good. Und ich will, wie gesagt, alles, was ich an Erfahrungspunkte kriege, mitnehmen. Can't go on without us. Fire! Good. Well, we don't know. Und ja, ein paar normale Warrocks sind... Well, we don't know. Jetzt nicht so das Problem für uns. What? Kill whom? Catch this! Yes? I'll blow up everyone. To victory. Kaboom. Really? I thought so. Na, und noch mehr Steine. Also, ja, hat sich ein bisschen gelohnt. I thought so. Well, we don't know. Really? Us? Steine Zeug mal rüber, dann tragt ihr die Nahrung. Do you smell something burning? We're almost there. Und sogar 140 Goldstücke. Gut. Und da sind nochmal 39 in den Felsen. Aha. Große Monsterhöhle? Well, we don't know. Uh-huh. Shh. Okay. We're almost there. Do you smell something burning? Good. Was ist hier aufgespießt? Sieht aus wie Menschen. Oh. Sorgen sollte ich natürlich auch mitnehmen. Good. Shh. Hm. Okay. Okay. Ja, in der Mission kann ich auch zurücksetzen und mal benutzen. Wie praktisch. Auch wenn es mir bei dem Geist nicht viel bringt eigentlich. Das ist die Frage, hier geht's hoch zu dem? Hier geht's runter? Okay, hier geht's glatt runter. Also, hier würde es auch weitergehen, wenn wir erstmal hier lang gehen, ja. Da ist auf jeden Fall eine Höhle. Oh, Borox. Die sind hinter uns, wollen also erstmal nichts von uns. Ach, Zorogarn ist immer noch da hinten. Ich werde alle aufbauen. Oh, woher? Ha! Well, we don't know. Go where? Ja, ho, 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 ho. Zorogarn, es wäre Zeit, dass du dich mal hierher bewegst. Okay, war nur der magische Geist, den ich verloren habe. Warum gehst du in den Nahkampf hier so rein? Oh, woher am I? Huh? Dank der Crystal, jemand hat mir gekommen, um mich zu retten. Was on earth are you doing hier? Ich folge die Signen auf dieser Alt-Map, hoping zu finden treasure. Ich habe fast in dieser Terrible-Earthquake. Okay, wir sollen Schatz suchen gehen. Ah, passt sich gut, dass wir dafür in die Richtung müssen. So, wir haben immer mehr Steinchen. Das heißt, die Vorrocks, die Monster. Dann gehen wir erstmal hier lang. Da sind noch mehr Vorrocks und Monster auf dem Weg. Aber ist ja kein Problem. Ja, das ist eine Monsterhöhle auf jeden Fall. Äh, jetzt habe ich kein Mal da mehr. Äh, nicht gut. Okay, jetzt sollten wir erstmal Zaurogan heilen. Okay, jetzt sollten wir erstmal Zaurogan heilen.